Auf der Waffe sind mir eigentlich relativ egal, die sind mir boogie. Und jetzt droppt der Ene mit Flink. Ja, mit Flink. 25% schneller nachladen. Yo, das passt. Da muss ich jetzt nur noch die Ene-Fähigkeit umrollen, zu zerstörerisch. Und dann wird gereckt, mein Freund. Ja, dass das Zeug schreift. Ja man, das muss durch die Goldies, durch den Kopf durchscheppern. Ja schon. Das muss so sein, die Goldies, die müssen einfach nur fressen und fressen und fressen und fressen. Fressen und fressen. Jetzt muss man gucken aber, ob wir das umgerollt kriegen. Das ist jetzt das große Problem, auf Anhieb gleich zerstörerisch ziehen. Ich hoffe mal, das klappt. Falls nicht, könnte problematisch werden. Oh. Äh, du sag mal, Phil, du spielst doch meistens sowieso eher mehr, äh, 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 ähm, 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 COH2, ne? Äh. Äh, ja. Weil, äh, weil ich, ich weiß, ich hab mir, ich meine, das, das andere wäre jetzt auch nicht das Problem, aber, äh, ähm,алось, ob ich bloß 35 Euro bezahlen will, ihr? Ja, was genau meinst du jetzt? Wegen Kampagne of Heroes Spielst du meistens sowieso bloß einen zweiten Teil? Ja, ich spiele bloß einen zweiten Teil Da wäre es eigentlich sinnlos, den ersten Teil sinnlos runterzuladen mit Und auf Deutsch gesagt zu kaufen, weißt du Ja Ach Baby, Alter Ja, dann mache ich nämlich das gleich so Da reicht mir nämlich meine 150 PSG gut haben Ila Okay Weil ich noch ein paar andere Spiele noch mitkuchen Ja Hast du schon eine Antwort bekommen? Wegen Wegen Division 2 Ach, wegen dem Test? Ja Nein, ich bin ja bei der Closed Alpha mit dabei Äh Ich habe jetzt bei der Beta Die haben mich bis jetzt Die haben mich zwar angeschrieben, aber bis jetzt noch keine Bestätigung, dass ich Äh Äh Ich stehe mit unserer Liste drin Ja Ja Wann mal gucken Wäre ich mich gar noch mal so schlecht? Hahaha Stimmt Ich weiß die kann, äh, ich weiß die ist es nie so, dass da jetzt Alpha und Beta Tester sogar noch Ja, kriegst du die Bonus Da hast Dass du, dass du Colts kriegst, dass du das Spiel und sonst kriegst irgendwie Bösartig, Alter, es ist nicht dein Ernst Ich krieg den Dreck auch noch Oh Fuck Fuck Am Arsch Ja klar, nehm ich Nehm ich Dankend mit Handkuss Ah, jetzt Kommen sie hier an Level 270 Nicht genug Ressourcen, oh Auf Dum-dum-dum-dum-dun Floppa Fyre-chest Sechsmer Boni Der Ernst Wann fand ich aber auch gerade interessant wir hatten eben dabei der fire chest gespielt und da kann man sagen muss man will aber in dem ki fight gerade eben das hast du deutlich gemerkt ich weiß welche einstellung ich zu dem ganzen habt zu dem fire chest gelungen aber es ist meine einstellung was das was das fire chest gelungen angeht schlechtes alles einfach an jeder ecke kriegst aber irgendwie hat man gerade eben gemerkt so doof ist das zeug gar nicht es hat war es auch wo es ist es müsste sind weil in dem moment widerspricht man sich auch ein kleines bisschen das aber kann man es auch selber noch mitmacht das ist doch blöd ja ja teils aus russlos mit vor ja 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 taktik oh kein division tick mehr schade ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und da ist er wieder. Hast du gerade richtig gesehen? Hängt da einer runter? Ja, ja. Gut. So, dann trete ich mal wieder in eine random Gruppe bei. Ich glaube, ich werde noch mal vorher ein bisschen Kampagne spielen, damit ich ein bisschen reinkomme. Werte wischen? Ja. Brauchst du nicht. Nee. Weil die Kampagne ist im Multiplayer. Ach ja, stimmt. Da stelle ich dir einfach unsere Kampagnen-Schwierigkeitsstufe ein. Und bei uns ist ja, wir laufen einfach durch die Kampagnen-Level durch, aber wir haben das bei Otti gesehen. Otti hat sich die ganze Zeit hinten gehalten. Und, äh, na, schade, die sind schon zu viert, okay. Ja, äh, ja, wir sind einfach durchgelaufen und Otti hat für jeden Kill 21.000 XP gebraucht. Der hat in der ersten Mission, die wir mit ihm gelaufen haben, ist der von Level 3 auf Level 12 hochgesprungen. Aha. Und wir sind halt eben auch bloß durchgelaufen. Oh, oh. Ein neuer Agent hat sich ihrem Team angeschlossen. Alter. Ach so, schwerwurzend. Nee. Also das Leveln auf Level 30, das ist das, äh, einfachste vom einfachsten. Einfachste, ja. Das richtige Problem wird dann, äh, das Perfekt-Equip. Equipment zusammenzuknallen. Ja. Also die, 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 die Vierer-Bonis, die kannst du ganz getrost alle wegschmeißen, wie sie sind, am Anfang. Hm. Also am Anfang vielleicht eh ein Vierer-Bonis-Set sammeln, so in die Richtung, wie du hingehen willst, und danach den ganzen Rest ist einfach. Einfach dann, dann noch Fünfer, Sechser und so weiter. Fünfer-Bonus. Den ganzen Rest kannst du eigentlich, so wie es ist, wegschmeißen. Noch 20 Sekunden, bis zur nächsten Welle. Naja. Na, ansonsten, ansonsten, äh, mach ich so, wie ich nie, äh, wenn ich Zauber nicht. Und so was, und du guckst ab und zu mal, wovon duhst, dass das kommt von dir auf, äh, da geb ich dir die Dada dazu, und, äh, da geht das. Kannst du mir das dann richtig einstellen, alles? Und, dass das einen oder andere Zeug, äh, acht Viren wegschmeißen, oder wie auch immer. Boah. Da laufen noch fünf Gegner rum. Alles klar. M. Rolf. Alter, brauchst du gar nichts machen. Loll. Der M. Rolf Russ, der, der Weihnachtsmann, alter. Der Typ. Ja. Ich sehe noch einen Gegner. Da kommen EMP-Burse direkt auf die Seite. Nur das M. Rolf Russ dort unten, auf der rechten Seite. Achso, das. Nee, nee, das, das sind die, das sind die Punkte, die du aktuell gesammelt hast bis jetzt. Achso. Komm ich schon beim letzten Mal sprach nicht vor. Also steht ja immer bei dir immer, äh, äh, hier 32 oder so. Das andere Teil, das ist ein Quark, das ist was ich schon kenne. Ah, schauber. Diese, diese Reload-Time. Abartig. Achso, äh, hast du, hast du schon gehört? Äh, äh, die, 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 die Telekom, na? Äh, die tut jetzt, äh, 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 den Netze ausbauen überall. Die wollen bis 2020, wollen die fertig sein. Und, äh, wenn du bei der Telekom jetzt bist, will, na? Die nächste feindliche Welle kommt. Kannst du, äh, für, für, warte mal, ich weiß gar nicht. Was, was haben Sie gesagt? Wenn du, äh, nur 100.000 Verleitung besitzt, äh, bist du automatisch, nachdem du, äh, nachdem du das dann, äh, 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 ausgetauscht hast, die werden neue Module eingesetzt. Hierbei hast du dann ab sofort dann 2.50.000. Oh, guck mal, mein Haus, da hat, äh, Fragen zu nehmen, da hatte ich schon 400.000. Außer jetzt wieder bei meiner, äh, Arbeitswohnung mit, äh, mit 16.000. Bereiten Sie sich auf das Kenn des Ziels vor. Der Vermieter macht jetzt ab dieses Jahr, tut er eine 50.000er anbinden, ne? Und nachdem wir die 50.000er dann haben, äh, geht das dann automatisch über Telekom und dann haben wir eine 100.000er. Scannen Sie den Zielbereich. Oh, 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 oh Okay. Geh, geh Du solltest die Data stoppen Was hast du? Ohhhh Hast du sogar diese Mission gespielt? Ja Kennst du die selten Weg zur Loot-Crate? Wir haben eine Minute Ja, wir können die Tür öffnen Wo ist Lobkipp? Ja Ja Open Matchmaking Sind das jetzt die Kisten die du einsammeln musst? Was? Open Matchmaking Pass mir lieber Okay Sie haben 10 Sekunden zum Erfüllen des kritischen Einsatz Ziels Was? Ich bin ein Lappenbeirger Ich bin ein Lappenbeirger Was Boney on 6 Yes, yes Der Feind ist in 20 Sekunden da. Wir brauchen noch einen in der Gruppe. Hallo, der Kratz ist ... Der Kratz ist höher, wenn wir vier Menschen hätten. Komm zurück, komm zurück. Komm zurück. Ist das nicht das, wo du hier mit den anderen zwei hier ... ... oder 13 Runden geschafft hast? Nein. Ja. Ja, nicht 13. Ja. Ach, nein, nein. Ja. Irgendwie ist es vorbei. DJ, äh, do you speak German? Yes. Ah, nein, nein, nein. Genau. 18 komplett und 19. Can you speak German or ...? Ich spreche Deutsch, ein bisschen. Dann, guten Abend erst mal. Ja, guten Abend. Kennst du den sicheren Weg unten zur Kiste, durch den Ausstellungsraum? Eigentlich nichts. Ähm, dann lass uns den gehen, so können wir hier oben lange verteidigen. Okay. Ähm, ist Englisch besser? Nein, nein, Deutsch, Deutsch. Okay. Hey, Joes! Everyone is okay now? Das geht. Ah, trotzdem dir auch einen guten Abend. Wir sollten langsam mit dem Boss machen. Ja. Bitte einen am Leben lassen. Please let one alive. Schalten Sie alle übrigen Gegner aus. Noch drei Bösewichte. Young alive. Slot scan, ist noch ein Gegner übrig. 何 weiß ich... Ah! Erfüllung die Unrecorder! Ghosty, kannst du die Tür öffnen? Wir wollen die Safe-Way durch die Loot-Crate gehen Auf dieser Weise können wir... Was? Ich glaube, sollen wir bleiben bis 10 Ways in der anderen Plätze, oder? Ja, bis Welle 11. Dann können wir zweimal öffnen Okay Ah, er ist weg Scheiße Besser für uns ist die Kiste günstiger Ja, wir brauchen einen Kollegen noch? Nein Das geht auch, wir haben bis Welle 19 zu zweit schon mal gemacht Ach so Da können wir zu zweit... also zu zweit... Okay, jetzt sind wir wieder zu viert Okay Das... Das Problem ist Welle 20, Kontamination Da brauchen wir... Sehr schwer Ja Ähm... Hast du Rückholer? Rucksack Sechster Bonus Ich bräuchte das Teil, es ist mein letztes Noch 20 Sekunden bis zur nächsten Welle... Danke, Chess... Joe... Entschuldigung... Ich komm Der Feind ist in 10 Sekunden da Sechster Bonus, Joe's Eine feindliche Welle... Musik... Oh... Du bist auch Medic? Seh' euch nicht... Ich seh' das nicht... Da ist nichts bei mir... Kannst du das überhaupt mit mir teilen? Das wäre natürlich ultimativ Der Rest nur... Was? Gibt's nicht... Oh sorry man Und wenn er es jetzt teilt, es funktioniert, dass ich das dann sehe oder... Da ist nichts... Da ist nichts... Da ist nichts... Oh... Ich sehe immer noch 5 Feinde... Ich sehe immer noch 5 Feinde... Schlausgen sind noch 3 Gegner übrig... Ich sehe noch einen Gegner... Ich sehe noch einen Gegner... Oh... Oh oh, Shatek wird sich bald abschalten. Der Feind ist in 20 Sekunden da. Nächste Welle in 10 Sekunden. SHD-Tech Interaktion deaktiviert. Wir haben noch 5. Gegner. Hatte 답ge. Wir haben noch 5. Wir haben noch 3. Da sind 3. Warten. Ich erkenne nur noch einen Feind. Scannen Sie das Einsatzziel. Nächste Feindwelle in 20 Sekunden. Zehn Sekunden bis zur nächsten Feindlichen Welle. So, jetzt kann ich wieder frei reden. Guck mal das Mikro ausgemacht, ey. Scannen Sie den Zielort. Ne, die Dudes. Die letzte Runde war schon richtig geil, was Loot anging. So gesehen. Zweite Big Alejandro. Ja, mit guten Talenten. Oh. Wir haben Gesellschaft. Bleib von der Seite an. Oh. Das ist ja dieses Nachweiden. Nicht vorhanden. Nicht von diesem Stamm. Oh. Meine MP lädt genau so schnell nach wie das MG. Oh. Ist irgendwie schon ein bisschen bitter. Richtig, richtig. Worum eigentlich noch mehr Flammenwerfer. Wieso noch mehr? Ja. Das Problem ist am Ende, es sind nicht mehr die Kämpfer oder sowas. Es sind einfach nur die Nahkämpfer. Weil die halt eben die One-hitten dich dann, ab wenn er 12 oder 13. Oh. Oh. Die Flammenwerfer setzen die halt eben kurz in Brand. Oh. Und wenn die in Brand sind, können die sich nicht bewegen. Oh. Da bleiben die so 3 bis 4 Sekunden auf einer Stelle. Und in der Zeit hast du halt eben Zeit, die zu fokussen. Deswegen. Ja, dafür wirst du uns immer Flammenwerfer und die Faschere einziehen. Weil jedes Mal sehe ich bloß eh zu vertreten. Ja, das reicht schon. Wofür? Aber du könntest doch rein theoretisch mitmachen. Könnte man. Aber wofür? Ich weiß ja nicht, ob es da noch was nützt oder so in höheren Wellen. Ne, ne. Es ist einfach nur die Menge von Flammenwerfern. Zwei Flammenwerfern ist noch okay. Drei ist schon fast unnötig. Einfach nur aus dem Hintergrund. Der Enid zündet an. Dann brennen die runter. Dann haben die ungefähr eine Sekunde der Zwischenzeit, wo die wieder hier... Na. Die Strecke drin. Genau. Und wenn du da noch einen dritten hast, der bringt dann einfach nichts mehr. Ach, ach ja. Na, jetzt bringt's so gut. Ja. Weil die haben ja auch einen ganz kurzen Cooldown, bis die wieder anfangen können zu brennen. Ja. Und deswegen zwei Flammenwerfer reichen und am besten ist dann noch einer, der ein Schild aufstellen kann. Dass du sozusagen die Gegner blockierst, beziehungsweise die anderen Beten können alle Beten ein Schild ausrüsten, dann kannst du dir halt eben komplett blocken. Genau, richtig. Das ist ganz witzig dann. Ich hab' nicht mehr so viel Geld ausgegeben, Ich glaub das war auch nicht. Oh Mann. Oh Mann. Doch, Mann. Das Spiel, das macht mir immer Spaß. Ich glaub das war auch nicht. Ich glaub das war auch nicht. Ich hab' schon kein Witzig. Oh Mann. Warum auch nicht so viel Geld ausgegeben für manche Spielern? Da waren sie scheiße. Hier zum Beispiel, bei Watsch und Cooldown, Süßigkeit. Da haben wir irgendeine Ahnung. Ja, du hast halt eben hier was, das angeht einen riesen Vorteil. Da kannst du nicht viel Geld ausgeben. Das einzige was ist hier, ist zum ersten Mal Kauf. Ein Gegner bleibt ihm noch. Don't kill him. Don't kill him. Don't kill him. We send him alive. First open the crate. Please. Preekeeper. donated Häääat Ja, ja. wir können put in fire chest fire chest fire 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 Was ist das? so jetzt wird es interessant also mein rekord ist bis jetzt viermal geöffnet so wie das aktuell läuft das problem ist die eine runde hätten wir auch fünf mal öffnen können aber viruswelle halt da ist das bruchtbewegen außerhalb von unseren koffern optimal das ist ein das ist ein Das ist schon krass, eine Reihe von uns haben alle dasselbe bekommen. FIRE CHEST Handschuhe, äh, braucht jeder. Na, auf jeden Fall. Der Feind ist in 20 Sekunden da. Ei, ei, ei. Nächste Welle in 10 Sekunden. Ein schwergepanzerter Gegner nähert sich ihrer Position. Der Feind ist in 20 Sekunden. Der Feind ist in 20 Sekunden. Der Feind ist in 20 Sekunden. Der Taktik Link, was ist das denn? Wie der Boss einfach konsequent ignoriert wird. Der Feind ist in 20 Sekunden. Der Feind ist in 20 Sekunden. Das war's für heute. 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 How many did we need? Let one alive in this wave at the end. Then we can open it. Let's go. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wow 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 Press Z Or Epsilon Or which button is standing there Two ... One Ah, der Feind ist zu nah an der Box dran. Ich versuch mal. Nee, 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 alles gut. Wenn der Feind zu nah dran ist, kann es sein, dass die nicht funktioniert. Ja, es gibt einen Fehler, es gibt was. Müssen wir echt erst alle töten? Ja. Einzünd. Oh je, das kann dauern. Und hier ist online. Ja, ist aber auch doof gemacht, dass du, wenn der Feind zu nah dran ist, dass du dann nicht mehr das Zeug reinpumpen kannst. Oh. Oh. Ein Kamerad ist kampfunfähig. Oh Fick die Medix Das war's. 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 Man. Das war's. 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 30 Sekunden zur Erfüllung des kritischen Einsatzziels. Ihnen bleiben 10 Sekunden, um das kritische Einsatzziel zu erfüllen. Erfüllung des Kurses, die wir mit hoher Schuhen nehmen. Der Kurs ist die Schuhen, die wir mit der Schuhen haben. Die Probe aufbauen. Der Kurs ist die Schuhen. Die Probe aufbauen. Der Kurs ist die Schuhen. Die Schuhen sind die Flasen. Laut Scan verbleiben noch drei Gegner. Sie haben noch einen Feind vor sich. Der Feind ist in 20 Sekunden da. Ein schwer gepanzerter Gegner nähert sich. Die Reis sind in 20 Sekunden. Die Reise sind in 20 Sekunden. Die Reise sind in 20 Sekunden. Die Reise sind in 20 Sekunden. Das ist ein Sieger. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Okay. 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 See will. Okay. 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 für sich vielleicht kommen würde das bieter wer komplett was wird war treibt es schützwerke jetzt kann man machen bei den neuen wenn ich in meinem Schlamm ich bin ein paar Sekunden ich habe credit zu kommen und das 80.000 noch 20 sekunden bis zur nächsten weißt du eigentlich um wie flurige wert losgehen sollen ich denke mal die letzte saison um das ist es auch mittags so nachmittags abends war das glaube ich da waren sie waren die waren die doch immer um 5 Uhr da wenn ich mir nicht recht entsinne ja nachmittags halt wenn ich jetzt schlafen gehe und bin ich so gegen 5 Uhr was ist so lange schläfst ich jetzt bin ich in spätestens zehn stunden oder neun stunden wach natürlich bei mir steht otti ist online ob paris ist eine schöne karte ich werde ich werde jetzt in die heavy ecke ich finde das so lustig mit den 40 Prozent wenn man mit der Wiesbrot mit ich spiele uns kannst du da das Spiel was soll man übernommen ich sag ja noch nicht so geht nur die eine Runde als ich Waffentrick auf Panzer IV als Gegner hatte ich dachte du ach so ist ja heavy leist ja jetzt habe ich schon mal 40 schaden bekommen finde ich geil hast du genau richtig gemacht also 19 90 und ist die runde ist ja auch die schutzende ich habe jetzt schon 600 700er brett kassiert ja ich weiß schon wo sie steht also gefecht ist für mich schon zu Ende das gefecht ist erst zu Ende wenn du keine AP mehr hast mit wem redest du von wem redest du hier und ich möchte antworten wenn sich trifft den Jagdtiger ich hoffe für dich ok hätte ne doch nicht er fragt dich jetzt bestimmt wie ich ihn getroffen habe ja war sehr gut ich kann auf E3 rotz und drüber gerotzt ich hoffe es nicht wieder ja ja ich bin nun leid warum 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 sollte mich kein td spotten können auf warte wie viel meter sind das ja 300 meter 400 meter spottet mich ein td easy warum nicht ich denke dass ich meine AP die sieht ja ich kann ja jetzt komischerweise nicht spotten also ich finde das gruppe was hat er gesagt ja natürlich hey wargaming ist so ein ach nee das soll ich jetzt nicht sagen äh hier ist mein Livestream grad an ach ich weiß schon was du sagen wollt ich wollte jetzt das böse H-Wort sagen und gerade total ausrasten meinst Heil Aja Aja hm hast du nicht so langsam bock auf Rainbow weil du weißt ja mittlerweile ist das voll chillig ja ich weiß als echt komisch muss ich wirklich mal so sagen aber recht richtig rein gepätscht und jetzt war krass das ist immer komisch kurz nach einem patch fühlt sich die rainbow welt in ordnung an ja dann müssen wir es jetzt aus und danach so zwei drei tage später ist irgendwie wieder komplett in jedem gefecht hast du das gefühl dass du weggeheckt wirst ja da gibt es wieder neue hacks die das wieder umschreiben weißt du hast du gemerkt ist es ist tschuldige auch wenn verrückter dass ich vielleicht nachher anhören sollte er war immer mvp er war immer oben und war immer op und immer alles und jetzt kam ein patch und auf einmal kann ja gar nichts mehr es hat nichts damit zu tun was denn da wirklich so jeder hat mal einen schlechten tag du siehst bei mir genauso ich bin richtig scheiße und manche tagen mache ich dann vier fünf geht's in der runde wo 45 ist ein bisschen übertrieben also 34 manchmal auch besonders wenn ich doch spiele unterfahre mich schieben die bin ich die schiebe bringt es hier nicht bin 18 auf jorda und fahren berghoch er muss so wissen will messen ist 1 80 15 hat sich mir auch Prozent mal geholt aber so ein bisschen ist und gar nicht mehr fahren ich wollte nur für den Kinderwerfer und jetzt soll er auch scheiß Betcher reingeht da auch wird schon auch geültes ich würde mich jetzt hier hinhauen und in die gewissen Osborn Prozent offline gehen was ist er machen und wenn du Lust hast morgen Abend wieder oder wen meinst du jetzt danke für die guten matches und fürs mitziehen ach Torea ist mir ein Mitspieler Rico wie gesagt musst du ja immer holen da habe ich wenigstens einen wo ich wenigstens sagen kann ich bin besser als der naja sag das nicht Ego Shooter liegen mir nein am Anfang bin ich trotzdem besser ja am Anfang spielst du CSGO nein nochmal gespielt ne obwohl doch an in der Schule fragst du jetzt schon wie es in die Schule reinkam ne äh eigentlich nicht ok und ich bin an dem Centurion Action X abgeprallt an der Unterwander wohlgemerkt ne ich hab den locker easy im Turm geballert ich wünsch dir was ich wünsch dir auch was weil ich dich nicht kenne jo Centurion boah so jetzt bin ich klein von der Division aber nicht für immer ne nur bis morgen so bis heute Abend lass uns doch oh ja Bounce alles oh mein Bounce so dann komm ich jetzt doch mal in World of Tanks jetzt nach ne wird irgendwie ein Thema zu euch online nach Wochen oi 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 gut was heißt Wochen eine Woche der AX prallt bei mir ab alter ich weiß zwar nicht was das grad für ein Centurion war aber er war schlecht ja und der hatte noch mehr Glück weil ich an ihn gebounced bin an seiner Unterwanne och ich hab 2-7 gebounced durch alle Gegner da drüben dann geb ich jetzt grad einen Prott T28 Prott abgeprallt ja der hat mich mit Gravel Gold gekillt ach das Spiel macht Spaß ich mag das schon wo seid ihr EO 1 oder 2 äh wir sind auf der Verrückten 2 nice so dann bin ich jetzt hiermit auch online wenn er die Personalakte fertig hat denk dran äh zum Großteil 9er und wenn der grad im Gefecht ist auch mal ein paar Runden 8er oder so ey wie lächerlich ist ja dieses Dreckspiel Alter meines hessens hübschel 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 trotzdem noch am Stream oder ja ja oi gucken was heute noch geht na gut ich prall am Zentrum äh relativ guter Spieler zusammen Riko hä was ich bin ein Bot was hä nein du bist ja relativ gute Spieler nein man ich bin der Bot werden wir ja sehen lass mal Accounts tauschen fahr bei mir Grille ne kommwetten dann bist du doch ein Bot nein wirklich ich bin aktuell relativ schlecht weil nach anderthalb Wochen keine WOT kann ich nicht garantieren für irgendwas Hier, Phil, hau rin. Nee, die Bistkarre fahr ich nicht. Ja, weiß ich doch. Ich hab ja nur die Stufe angegeben, nicht welchem Panzer. Ah, so. Dann botte ich mal hier mit ne Runde. Oh nein, dann fahr ich lieber was anderes. Dann geh ich lieber auf mein Medium. Mach leid. Hey, scheiß jetzt schlug. Ich würd grad nur auf verlassen drücken. Wieso zum Henker bin ich blau? Steff? Stefan? Anscheinend. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Also bei mir wirst du nicht blau angezeigt. Nee, bei mir wirst du nicht blau angezeigt. Nee, das ist doch für ihn, weil es dieses Gefecht ja nicht war. Aber er kann's dir eigentlich demonstrieren, dass er blau ist, und er einmal auf den Mitspieler schießt. Dann wird er wieder blau. Ja, das will ich auch. Wenn er, wenn er für sich lange zeigt wird. Äh, fahren wir... Wie lang? Ja. Fahr los durch, ja. Standard. Äh, mittels, mittels Spot bräuchte ich nicht machen, oder? Nein, brauchen wir nicht. Nee, ich weiß nicht. Wir haben einen 8er WZ, der noch nicht im Game ist, das passt. Los, fahr weg, Batchett, ja, bitteschön. Gott. Phil, beeil dich. Wie sieht denn W.O.T. aus? Ach du Scheiße. Los, Phil, beeil dich. Hast du 1.0 noch nicht gespielt? Äh, 1.0 noch nicht gespielt? Doch, ich hab seit einer Woche bloß nicht mehr gezockt, und das ist ja eine Ungewöhnung. Weißt du, wenn du immer hier The Division zockst, oder hier Rainbow, oder hier Battlefield 5 Closed Alpha, da bist du einfach andere Dinge gewöhnt an Grafik. Und jetzt, jetzt kommst du hier in W.O.T. auf Ultra und denkst dir einfach nur, das Ding sieht scheiße aus. Ah, Phil, weißt du, wie soll ich dasselbe gewonnen? Oh, easy. Juhu, Spotting Damage. Ja, fick den. Na, für das 1 krieg ich den Spot. Komm, oben ist nix. Löwe hat geschossen. Ja, ja, ein großer, schöner Löwe im Arsch. Witz mich. Ja, will er dich. Das hast du ihm krass. Ich hab ihn gerade 16 Schaden in den Arsch geschossen. Oh. Oh, er dreht sich um. Ja, und er gibt mir einen Schuss. Ja, er hat mir schon 2 gegeben. Alles gut. Das sind, ja, schön. Dieses Spiel ist einfach nur noch lächerlich. Das ist gerade ein Löwen, fast alleine abfahren, für 2 Schüsse. Ja. Ich hab die 16 Schuss gegeben. 16 Schaden. 16 Schaden. Äh, 16 Schaden, genau. 16 Schuss, Alter. Oh, Gott, die. Auch nicht, ey, ich bin Profi. Oh, das ist ja noch ein Stritzwagen. Hallo. Scheiß auf den 8. Stritzwagen. Killt in 9er. Oh, abgeprallt. Oh, ich werd jetzt mal am nächsten Hügel anfahren. Was ist das? Kriegst du den 9er? Ah, nice. Den hab ich gemeint. Mann, even. Äh. Nö. Wirst du klein? Ja, wirst du mit der Trollgarn, ganz ehrlich, den treff ich nie im Leben. Hallo. Hallo. Kaffel? Wie geht das nochmal? Hast du echt... Äh. Shit, was? Base? Ja, Emil und der WZ. Fuck. War schon mal, ne? Ja, Foto schon mal. Ich guck du noch ein bisschen bei den RW's nach. Echt cool. Den E-Mail krieg ich mit dem Centurion hin. Okay. Oder sollte ich. Ja, weil ich hoffen, wir brauchen doch bloß die Cappen. Bis unsere Leute, unsere Boys durchgecappt haben. Oder je nachdem, was sie machen. Oder sie botten natürlich auch ne Runde rum. Das ist natürlich die beste Option. Sie werden schon die Cappt, Alter. Ja. Abgeprallt am E-Mail. Gut, dass wir noch ne Haegern da haben, ne? Hm. Elf Hitpoints. Och, come on. Juhu. Stopp. Bullshit. Jetzt aber Shot. Ah. Ja, für elf Hitpoints ein Mundlacher. Du kannst mich auch mal WOT. Nee, WZ hier. Ich hab' gesagt, ich komm mit drüben auf. Du, 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 du. Nico, strengen wir uns an. Beiden noch ein Kill, dann haben wir's. Entscheidender Beitrag, ne? Nee, das ist dann, äh, noch, äh, hier und vier Kill's mehr. Bei drei Kill's meine ich. Wir müssen jetzt noch beide zwei machen und fill noch einen. Und dann? Wir in entscheidenden Beitrag. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt den Rest killen. Wow. Warum? Ich versteh das sowieso nicht, wie ich den Löwen 16 Schaden in seinen breiten Arsch drücken konnte. Keine Ahnung. Heißfülle. Okay, wir müssen den Rest killen für einen entscheidenden Beitrag. Aber da muss ich dafür nicht sogar überleben? Ich glaube nicht. Nein, für entscheidende nicht. Für Waffenbrüder musst du überleben. Waffenbrüder geben wir eh nicht, wir hätten nur zwei Kills. Ja. Nein, mein Freund, ich mag dich nicht. Ich auch nicht. Ja, fill, dann streng dich an. Sind alle bei dir? Weil leider musst du Lukas tragen. Ach ja, ach ja, mein Freund. Wie geht es dir? Du hast die kleine Stockgun. Und ich bounce bei dir. Geil. Fill, denk dran, den Rest noch killen. Nein, 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 nein. Ist meine Kuppel. Ey, ich kenne einen ganz, ganz tollen Trick bei dir, Conqueror. Wie sie wollt. Lol, hat nicht geklappt. Den Pendlo-Roll. Wir müssen den Rest jetzt killen, Alter. Dann kriegen wir den entscheidenden Beitrag. Ach du? Ja, ich habe Cooldown vom Medkit. Nee, 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 die Dings nicht. Wohl. Hallo. Komm, die E3. Komm. Kill, einfach den Kill. Einfach den Kill-Steal. Warte ab, bis das Scorpion geschossen hat, wenn er aufschießen kann. Das ist voll. Hau rein. Hau in die Tasten. Hä, das wäre mein allererster entscheidender Beitrag. Also auf diesen Akkord zumindest. Komm. Kill-Steal. Warte ab, bis der andere geschossen hat. Jetzt. Nice. Nice. Und 5k. Der Match gefarmt. Easy. Ein bisschen durch die Gegner durchgerippt. Das war der falsche Chat, aber egal. Jetzt habe ich HH geschrieben. Das war eh der falsche Chat. Achso, okay. Aha, okay. Kommt das rumgebottet, die Runde. Ach, Fail. Wir haben unsere Kills gemacht. Für den Schrott gibt es eine erste Klasse. Käppenmeister. Ach, ich habe viel zu viel Fail. Guck dir den Shit an. 19 Schuss, 16 Treffer, 13 Durchschläge. Schläger, Handelskämpfer, Wirkungsfeuer, Unterstützer, Postkaliber, entscheidender Beitrag und ein Meister. Mit meinen 5k Damage und 1-1-Spot stehe ich sogar noch über dir, Phil. Und du sagst, du bottest hier rum, ey. Ja, ich botte hier auch rum, hast du gesehen? Ja. So, noch 150.000, dann habe ich ein 30b. Weißt du, wie viel es bei mir noch ist? 158.000. Na siehste. Ich brauche noch 200.000. Interessiert keinen. Halte Maul, Lukas. Ich lad jetzt noch High durch, du warst da. Na. Riem. Ah, ja. Denk dran. Phil, denk dran, wenn du das hochlädst, musst du das auspüren. Ne, ich püps da ja nicht aus. So, Mittelspot werde ich bestimmt nicht machen gegen T-100 Light. Ach, wieso denn nicht? Oh nein. Weil der T-100 fühlt sich einfach ein richtig guter Scout ist, deswegen nicht. Ach man, hätte ich jetzt ein 1390 oder ein Even, ich wäre da sofort reingefahren. God bless your brain. Okay. Ja, hoffen wir mal. Weil es nicht ist, ist er sofort tot. Shield mich, shield mich, Phil. Hier gibt's nichts zum shield. Ich fahr jetzt im zweiten Tempo, Martin, und bin schneller als du. Das passt. Bei sehen, Sniper 940. Snap, ohne sie zu sehen. Na gut. Ach Gott. Ohne füllt in den Boden. Soll ich dir was sagen? Hm. Ich hab's nur auf der Minimap gesehen. Dank für das Schild, Phil. Na, bitteschön. Kann mal eh nix. Heavy's Rush, der Hill. Ja, was glaubst du, was ich hier tue? Hallo E50. Er hat nur Heavy geschrieben. Ich glaub, da soll nur einer hoch. Einer? Dann reicht der T10. Na, er hat ja Heavy geschrieben, nicht Heavys. Von daher denke ich, dass er nur einen meint. Ja, guck, guck, guck dir den Typen da an. Alter WZ, was machst du da? Und Löwe genauso. Ja, Löwe hab ich teilweise noch Verständnis. Löwe hab ich Verständnis, weil er ein Achter ist und alles. Aber er folgt mir, hat er geschrieben. Er hat auch verstanden geschrieben. Ja, das, 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 da wird es set. Okay, doch, der kommt auch mit. Ja, wenn der jetzt nicht mitgekommen, hätt ich einen Schuss gegeben. Ja, ich nicht. Und später sind dann wer mitgekommen. Ich hätt zwei, dreimal in der Spot geflamt und dann wäre er auch gekommen. Ja, du weißt, wie man das macht. Ja. Du hast schon eine Erfahrung drin, ne? Und eine Übung. Ja, und wie du die Leute trickerst, dass die genau das machen, was du willst. Oh, ich hab' Spot. Oh, shit, ah. Ja, ist mein Spot. Aber ich krieg' den Spot Damage nicht. Nee, das erzähl' uns. Ich hab' nur gespottet. Oh, ähm. Ihr dürft weiterfahren, nicht Drehung. Das ist. Ich hab' keinen Bock gegen Skoda. Und die Maus ist auch gleich hier. Wollen wir mal wetten? Ach. Vor die Maus hier ist eh das dauernd noch. Ich fahr' lieber sowas da unten ab. Siehst du? Oh, ich hab' einfach so ein 200-Light gespottet. Warum nicht? Ja, der hat keine Sicht heute. Komm, du hör'n wie die Crew so ist, ne? Nein, WZ, du hörst aufzusnipen. Hab' ich aufgemacht. Komm schon, Leute. Oh, Progetto bleibt bitte stehen. Äh, Phil, du bist alleine. Ja, ich weiß. Ich muss da ein bisschen weiter zurückfahren. Nein! Maus! Maus! Come on! WTF! Wenn jetzt schon die Maus da ist, ne? Never. Doch, die ist schon da oben. Ne, nicht die Maus. Ich mein' das... Geht mal. Dass der mich so pennt in dem Winkel. Ich weiß schon, wie ich meine... Ich hab' irgendwas gekrittet. Ja, du hast die Maus gekrittet. Ach, der hat verschossen. Weck dich. Ich finde, ist... Was macht eigentlich der Udis von denen da oben? Ich hab' keine Ahnung. Obwohl, ihr wisst, der wird trotzdem nicht beschossen. Ja, doch jetzt. Ja, weil keiner von uns Savvys an den ankommt. Ja. Der immer noch 3 ist ja auch noch hier hinten am snipen. Stand sogar noch weiter hinten als ich eben. Ey, das 430. Was ist denn los mit ihm? Ey, ich lad gleich Heat gegen ihn. Ja, mach doch. Oh. Ah. Und der eiskalte... Ne, eiskälte wurde zerstört. Okay, ich lad Heat, ey, das gibt's da nicht. Komm, VKB und Maus, kommt ruhig, meine Freunde. Lass euch zum Kaffee und Kuchen ein. Oh oh. Guck dir da hinten, hab' ich auch gemacht. Ah, schade, kommt keiner ran. Ja, ich war noch am Ein-Amen. Ach Phil, Alter. Die kommen gleich von der Seite, die Maus und so. Ja, dafür haben wir die Leute hier unten, dass sie nicht hochpicken können. Ja, da schon. Aber noch nicht, äh, nicht mehr lange, wenn das so weiter... Oh. Ach, Artie macht hier die Kills, Alter. Gut, jetzt haben wir die Übermacht. Glaub ich. Scheiß auf die Übermacht, ey. Sogar noch full-life, ich kann das. Ey. Objekt 430, Mann. Was los bei dir? Ähm, Heck, Client? Ja, weiß ich nicht. Seitlich zweimal im fast 90-Grad-Winkel in die Seite rein, es passiert nichts. Ja, mich triffst du nicht, lol. Das ist doch auch ein Russe, was hast du erwartet? Ne, ich bin auch ein Russe. Äh, Achtung, Maus. Matarasha im Proof und so ne Scheiße. Ich hasse dich auch, Artie. Jo, an der Seite vom 430 gebounced. Der hat wirklich Hacks an, Alter. Ja. Weiter, Maus, ey. Komm. Schon wieder gebounced. Ich glaube, der hat einfach nur, ich glaube, der hat einfach nur Stalin. Er wird dann nicht haben. Ist weg. Hallo, Udis. Nein, hör auf. Ah. Hat mir noch einen Hit gegeben. Äh, Maus. Maus. Was für ein Snapshot. Meine Maus, meine Maus. Mauskiller. Ich hab heute schon da ja mit einem 30er gekillt. Schön für dich. Ich bin ein richtiger Maus-Zerstörer mit dem Panzer. Boah, ich hab hier richtig rumgebottet, die Runde. Ich auch. Gerade mit 1000 Damage. A2-2. Ganz beklagen kann ich mich jetzt auch nicht. Was ist hier los, eh? Das 430. Ich weiß ich nicht. Ich hab 8, 9 Schuss. Einfach nur gefressen, ohne dass irgendwas passiert. E50. Los bei dir E50. Triffst du nur meinen Winkelspiegel. Passt du gerade ernsthaftes Objekt. Na gut, dann was ist. Ach komm WZ. Oh. 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 Etc. Hallo Bennett. Hey Phil, das war meiner. Ach Gott. Das ging gar nicht. Das ging gar nicht. Ich hab mich jetzt. Ich hab mich jetzt mal verstanden. Was ist das? ich würde mal so ein Med gegen Med, Franzose gegen Franzose machen. Na mit meinen 2-7-Damage. Diese STI, das ist so ein scheiß Bot-Tank. Du kannst nix mit dem Ding machen. Ja, das Gute ist nur an diesem Panzer, wenn du halt da und stehst, dann stehst du. Ah, das ist einfach... Die Kanten ohne das einfach nur Gülle. Einfach nur ein riesiges Stück Abfall. Deine Kanone ist Gülle, mein Panzer ist Premium, weil ich jetzt weiß, wie man den spielen muss. Also ich find den geil. Wenn die Kanone die... Warte mal, ich nehm auch... Oh, 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 oh. Ab, ab, abgebrochen. Wenn die Kanone wenigstens so wie auf dem T10 wäre. Ja, ne? Und ein bisschen potent unterwegs, so mit Aim-Time und mit dem ganzen Scheiß. Hauptsache, die Dispersion-Werte bei der STI, die sind einfach so grottig. Also, jetzt geht's aber richtig los mit deinem Maid. Ich hab ja gehört, der ist ziemlich genau. Was, der PTA? Ja. Das glaubst du nicht. Du kennst ja den Begriff Genauigkeit auf dem Papier in World of Tanks, ja? Ja, das Papier ist genau andersrum aufgeschrieben. Genau. Also die 0,27, die stehen zwar auf dem Papier, aber glauben im Leben nicht dran, dass du die hast. Die hast du wahrscheinlich erst, wenn du Crew mit allen Perks hast, ne? Selbst dann nicht. Selbst auf dem Presse-Account unterwegs gewesen. Selbst dort auch mit allen Perks. Das kannst du knicken. Du hast einfach die 0,27. Wieso hast du eigentlich einen Presse-Account? Wieso? So, weil ich einfach... Keine Meldung. Ich hab' ich damals einfach angefragt hatte. Und da kannst du jederzeit drauf, wenn du willst, oder was? Ja, ich könnte jetzt auch wieder wechseln. Hä, wie bekommt man seinen Account? Einfach fragen, ob man einen bekommt? Äh, ja. Und du musst ein Programm durchlaufen. Ob du geeignet bist, einen zu bekommen oder nicht. Wow. Und wie ist man geeignet? Ähm, A, du wirst schon mal prädestiniert, wenn du streamst. B, du wirst prädestiniert, wenn du gut spielst und wenn du Content bringst. Und C, wenn du ein bisschen... Beim Gegner-Spot ist genau gegenüber. Ja, ja. Out-Spot und Kette. Gut, dass ich viermal die Kette zerstellen muss vom Gegner. Und wenn der T40 sicher Busch zeigt, dann hat der... Wollen wir mal sehen, wie ich jetzt aufmache. Will, was ist denn bei dir gewahnst? 7.05 Eifer. Was? Ja, Mann. Ich seh nur, wie dieser Heavy-Schuss auf dich kommt. Auf einmal ist kein Schaden, Schuss fliegt weg. Ich bin nur so, was ist denn bei dir gewahnst? Und da einfach ein Obtier. Easy. du solltest aber auch treffen ja ja ich versuche einfach nur snapshot zu machen gesagt ich spiele den panzer yolo ja und ich spiele ihn auf der match ich kann ja den ausnehmen ich sollte aber auch treffen ja okay das hat 255 hat die alte geschossene 6 aber egal die moni ist hier richtig billig auf dem panzer willst du die budget waschen du rascher also du mieses stück scheiße also ich habe dich aus der deckung raus was soll denn der abfall meine herrn ich habe ihn noch mal getrackt okko ghetto ja ich helfe dir aus der deckung dieses dieses dreckstück zweimal schiebt er mich aus der deckung raus er prellt ab easy er wollte ich mir doch holen hat sich die konkreten nächsten gesucht und wollte nicht hätten das ist ein fucking ernst hallo nach schießt die nummer ist so blau älter wie oft darf er entschießen er hat mich schon zweimal gebaut und der damage gemacht und es ist so nicht blau warte wert faktisch ab ist schon tot er hat die hat es geregelt vom gegner ich wollte mich jetzt eigentlich mal was machen ach nein brauchst du nicht zwar der projettel der neben dir gestorben ist auf der anderen haushälfte warum ich wollte ihn eigentlich gar nicht daraus ziehen ich wollte nur da lang aber wer sich mit zu kameraden anlegt der kriegt Zeit wieder zurück ne ja easy erst mal ich von der Progetto gefunden danke schade und somo ja ich hab dir noch mal ja natürlich 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 auch spottet er mich natürlich warum was ist der T40 für den scheiß Panzer äh du glaubst nicht welche Schelle ich grad geblockt hab na will na ja ich hatte mal dachte ihr natürlich natürlich mit AP am Turm abgeprallt ich bin es trinkte tut man m er erkennt dahinten sowohl setzt war langsam wird das Spiel lächerlich kann nicht mehr wahr sein nein das ist nicht lächerlich Phil guck mal nach hinten zur Base für dich ist das lächerlich ich hab mich jetzt zu Ruhr outspotten ich bin ein fucking Scout genau da sollst du hinko guckle genau so party ist offen Poco Guetto hat zwei Schuss raus und der Udis ist auch schon auf der Seite hier durch und der hat mich gekillt den musst du rächen hast du den E1 ja er hat mich rausgeklippt weil ich nicht mehr reparieren konnte oh oh Jagdi ist bei dir Jagdi 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 ist hinter dir oh oh mein Gott da steh ich nicht drauf nicht schlecht ne oh oh ich hatte kein Trefferfeedback also hat es den Schuss nie gegeben ok hehehe hehehe mh mh er ist nachgeladen ne ich weiß du kannst ihn auch gerne auf den Dauertrack halten die Su kommt durch ja was denkst du was ich vorhabe hihihi 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 oh oh was dann ist trotzdem schnell genug nachgeladen Nein, kriegst du nicht. Oh, hatte ich so ein Glück. Oh Gott. Nice. Ich meine, jeder HP ist wichtig, ne? Oh, 62 auf der Base. Als wenn... E1 ist da oben noch hinten. Und die A hat gerade gefällt. 705 A, schieß. Er prallt im E-75er. Du hast einen nice Rheinmetall als Unterstützung. Ja. Mit der 500 AP. Also 500 Alpha... Ups. Alpha Gun. Mahlzeit. War ein Schluckauf, aber okay. Nur ein Stück Schluckauf. Aus 705 A. Mach'n Kill. Nein! Alter, er prallt halt dauerhaft ab. Was ist denn? Ich hab' den Schuss gemisst auf den E1. Dann fährst du jetzt vor. Ja, am Arsch. Schnee machen? Hochfahren. Mit Heat prallst du an diesem Dreckteil ab, was keine... Natürlich, dort prall ich auf. Du weißt, wo du hingeschossen hast, oder? Ja, ja, auf die rechte Backe. Mhm. Mit Absicht. Und du weißt, was passiert ist? Ja, es ist abgeprallt. Weißt du auch, wieso? Ja, weil es ein Fuck-Tard-Tank ist. Ja. Weil die Genauigkeit, die auf dem Papier steht, die hast du nie im Leben. Nee. Aber bei der Grille kann ich's mir nicht vorstellen, dass sie 0,24 hat. Oh doch, das kann ich mir gut vorstellen. Nicht mit dem Schuss. Ja, könnt ihr mir sogar vorstellen, die hat 0,2. Oh, nicht mit dem Schuss, Alter. Ja. Warte. Du hast auch einen Gina, das musst du auch berücksichtigen. Ja, aber guck mal, die hat ne Streuung auf 100 Meter von 0,25. Und jetzt geh mal auf den Stritzwagen. Ich geh mal auf meinem Neuner, weil ich den Zehner noch nicht hab. Und der hat ne Streuung von 0,38. Heißt, die Grille sollte genauer sein als der Stritzwagen. Ist sie auch? Nein, bei mir nicht. Jetzt sollen wir Achter fahren, oder was? Braucht noch ein Gefecht. Nein, gut. Nein, gut. Will, du weißt, was du zu tun hast? Ja. Ich muss wissen, Rico, er hat genauso dasselbe Ding. Er könnte dich oder mich nachmachen. Ich bin gerade am Überlegen, was ich tue. Mich nachmachen. Genau, was willst du tun? Das ist eine Stelle. Danke. Ich muss irgendwie den hier noch... Wir brauchen ja wenigstens einen guten Rheinmetall-Team, ne? Ja, ne? Ich auch so. Ja, auf so einer behinderten Karte wie dieser. Hey, komm schon. Oh, geil. Hey. Jeder wünscht sich auf Tundra zu spawnen mit dem Rheinmetall. Jeder. Was soll ich sagen mit meinem Stritzwagen? Du hast deutlich mehr Möglichkeiten als ich. Äh, nein. Also... Ja, der Stritzwagen hat aber mehr Möglichkeiten mit dem Rheinmetall. Viel, viel mehr. Also wenn ich wählen könnte, ich würde auch den Stritzwagen für die Karte nehmen. Statt des Rheinmetalls. Also wenn ich meine ganze Garage von Achtern her nochmal wählen dürfte, hätte ich glaube ich einen Löwen genommen. Also ich persönlich würde hier den Rheinmetall bevorzugen. Oh, äh, sorry. Mann hätten... ...netten Start versaut. Also ich stehe halt noch genau hinter Phil, der hat keinen versauten Start. Hm. Weißt du, wo ich gerade drin hab, Phil? Na, eh natürlich. Willst du sie spüren? Hm, nee, muss nicht sein. So richtig in deinen Turm rein? Den du nur so halb besitzt? Ich verzichte. Kannst du das dann später machen. Na gut. Manche so wie Rainbow One, Johan? Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass bei... ...1-game-1 man hier eine Ansehungspunkt. Voll ein Game, du nicht verfehle, ey. ARG, fake deinen Dreck. Denk, das ist ein Even. Den triffst du nie. Du warst voll ein Game, du bist bei mir aber auch. Ach, Phil, fahren wir trotzdem hoch? Oh, oh. Shit. Das ist aber kein HE. Ne, das war AP. AP. Ich habe nur das Geschütz beschädigt, oi. Wir haben ja auch gleich. Kraster, dude. Erster Schuss, Geschütz und Schaden. Aber guck doch mal, was er mit mir gemacht hat. Hä? Ja, nix. Und Serturian. Auch meine Maus geht zu langsam. Ja, genau. Ja, Karna, mein Alter. Ich möchte gerne einen Serturian. Äh, ich will auch was. Ja, nimmst du. Es ist genug hier oben. Du kannst von allen da was mitnehmen. Ich treffe aber nix, wie ich hier stehe. T100 Light abgeprallt. Warum nicht? Warum sollte ich da auch durchkommen bei einem Light Tank? Wieso noch, ne? Ja. Der könnte ja sterben. Ja. Wäre ja eine Stalinkanone weniger. Und dazu war es auch noch der Killshot. Ich darf jetzt richtig durchgehen. Ah, ich hab gezögert, ich Idiot. E50? Ja, natürlich. Ich knall dir seitlich mit Heat in die Wanne rein. Oh, was. Setsch, tics. An Serturian. Alter. Oh, äh, das war nicht meine Schuld. Jo, was? Oh, jetzt schieß ich ein bisschen mit. Ihh. Ah, wo? Okay, er ist gebounced, alles gut. E50 seitlich in den Rheinmetall rein. Oh, bounce. Neh mich. Ganz chillig. Er hat einfach einen Stein geschossen, wenn er mich treffen wollte. Das ist ein krasser E50, du. Ja, Mann. Du musst richtig aufpassen. Ersteck nicht. Lass mal ein T44 vor. Natürlich, natürlich, natürlich. No wall. Bist du offen? Ja, logisch, ich stimme Proxy. Natürlich, natürlich. Man muss eigentlich den S1, aber... Warum soll ich treffen? T44. T44, würdest du... Ja, vielleicht nicht so? T44. 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 T54. T54. T44. die Nürnberg verschickt genau gegenüber von uns der Hand ist auch von der letzte Schacht es haben sie liebten abliegen der Welt bettet tot aber da jetzt hat sie noch 10 HP der 13 8 der Löwe verkackt das natürlich verkackte Löwe das die Batsche der Alte ach lol die Batsche ist zurückgefahren schafft weiter geradeaus durch zeicheln sie wollte ihn einfach pranken es ist ein Prank Bro er hatte sich so gut achten äh Phil du darfst auch weiterfahren ja gegen Full Life Brot und Full Life EZ am Arsch oh mein Gott Phil ich wollte eigentlich gerade sagen buy have a great time aber wieso solltest du das ist ein Phil ja buy have a great time jetzt ist vorbei buy have a great time nein fick dich oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott du hast dich noch ein 700er Brett gekickt ja klar kampflos gehe ich nicht unter ey Phil ich glaube der Hit war überleben ist wichtig also gewinnen wichtig ja buy have a great time unser Rheinmetall ja wir haben gewonnen wenn unser Light jetzt auch noch ganz gut ist alter er muss nicht gut sein das reicht wenn der E4 gut ist ja das reicht schon wenn er die Hitpoints beieinander hält dann ach unser Prod ist ja auch noch voll ja das ist das ist easy GG ach den Prod meinst du ah 3-Metall-Hub-Heat drinnen geht doch wieso denn Hit alter ja für ein Prod ganz ehrlich du hast 238 Pen auf APCR auf die Entfernung den penst du nicht mehr na gut ne nicht auf die Entfernung dann nimmt die Light Pen einfach zu schnell ab aber Hit nimmt keine Pen ab oder ja der kennt immer als wird schon Wecker in oder du hietest ihn halt eben wieder hehehe auch äh da ist ein Turm ich glaube ich glaube der Rheinmetall äh der spielt nämlich gerade auf die erste Gunmark deswegen Only Heat meine wie heißt es ist so schön wer in Unicom sein möchte muss auch mit Heat schießen guck mal da ist mein Frack ist das ist das oh er schießt mit APCR ja das hat man gemerkt jetzt brauche ich eine Hyrule oder einfach ein Brot ja Alter der Brot man ey der steht die ganze Zeit an dieser hässlichen Position dort Full Life bringt sich nicht ein also Alter doch zum Eliminieren den Kill ey Leute bringt er sich immer ein ich bin an Panzern gepreit wo man nicht abprallen hätte dürfen du meinst 3-Metall oder was ne am T100 Light an der Wanne zum Kirscher easy äh E50 wow Seite was denn Phil hast du gerne mag bist du willkommen oder was ja wollte ich gar nicht ich auch nicht das war noch nicht immer mit Absicht ich bin bei 62,09% ich will die gar nicht haben ja ich auch nicht ich fand den irgendwie stylischer ohne Gunmark das sah das 15 cm roh geiler aus ja ne jetzt musst du bist du eigentlich schon dazu gezwungen die andere zu nehmen 12,5er weil das da wenigstens noch halbwegs okay aussieht mhm oh ich hab bald die zweite Gunmark auf meinen Stritzwagen ey Phil was soll ich mal Stritzwagen nehmen welchen meinst du äh ne S1 ah ne bitte nicht bitte nicht der hat da drei Gunmarks ja drei Gunmarks auf den Stritzwagen S1 ja alter nicht schlecht tut mir leid aber ich hab noch einen Tagessieg weißt du was ich da jetzt mache extra aus Trotz kommt mehr Rohr nö oh halt 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 nicht nicht ne ne nicht mit dem Setup Stefan alter was hast du getan mhm Phil alter du weißt wie mein ich bin zu denen denn nur wenn ich Adi fahre ähm aus dem einfachen Hintergrund dass ich nur ne 38%ige Siegquote auf dem Ding hab ok dann können wir ja starten und ich denn absolut hasse den T55 Alpha und der auf ewig den Hassplatz Noe 1 einnimmt auf ewig? ja auf ewig erstmal hab mit dir am Anfang voll gute Runden gehabt ich nicht ich hab mir den immer reingebottet egal was war reingebottet ja du ich hab nen Durchschnittsschaden Durchschnittsschaden von 1800 das ist für ne neuner äh unterhörtig eigentlich schon scheiße ne guckte meine anderen neuner an ach du meinst sie mit 2 bis 5 oder 3k average oder was ja sowas ist okay auf neuner 3k ist in Ordnung Mando Klopferpuffe dürfte auf ein T40 grad einen Durchschnittsschaden von 1008 Morgens Chess Genie Fey-Menschen äh Mitspielerteam und Krawall, Mu noch zwei Krawall, zwei Sätze zu drittem Zug sind also den Chess Genie, den hab ich schon mal gesehen, war schon mal auf in meinem Team und ich glaube auch mit dem selben Panzer bin mir mal nicht ganz sicher Mu ist auch deutsch, oder? ja ja ach komm was bottet ihr denn jetzt schon da rein, alter? auch mein Schott, ich hab nicht geahmt ich hab den einfach so im Nosecope genommen so wie es jeder, äh, Batchel-Fahrer tut, ne? wenn ich ne Arti fahre ich hab trotzdem fast getroffen ja Emil, komm zeig mir mal den Turm Turm kommst du eh nicht durch natürlich komm ich da durch komm Emil, komm die sind alle jetzt wieder über die Mitte rüber snipen, ey, was soll denn der Mist ich kenne das auch total schwachsinnig PTFO Guys Wollte jetzt eigentlich die Mitte einfach nur spotten, ne? und dann durch die Mitte fahren, aber schreib mal bitte, oder sag mir, was PTFO ausgeschrieben heißt Play the fucking objective ach so ich hab mir jetzt gejolot, weil so ein Dreck tue ich mir nicht an den Scheiß könnte alleine machen daft ja, ja, siehste, ich bin tot ich hab mich reingehogen, halt ja, aber, 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 wieso? ja, ja wieso sollen wir das denn jetzt alleine machen? ja, weiß ich nicht willst du denn komplett aufhören, oder was? nein, aber für die Runde ich bin ja mit Absicht vorgefahren und gestorben ich dachte schon, du meinst jetzt komplett aus ne das ging mit schon ein bisschen asozial ging mir jetzt einfach nur um die Runde, weil diesen Rotz tue ich mir nicht an weil, äh, heavy, der in der Mitte snipet permanent äh, ja ich hoffe, das Team sieht die, äh nein das Ding ist lost easy ich hab nen echten Hasen getroffen t10 t10 den Move gesehen bei la Artie, ne? 42 damage für eine Runde, alter den Tagessieg krieg ich halt wieder nicht Phil, du musst mal was, äh, Bottiges fahren, womit du immer gewinnst nein, nicht mit Artie wieso nicht? bei Artie streng ich mich auch nicht an eine einzige Runde Tagessiege Artie, es ist einfach Artie und du bist so ein Arsch ja, dann bist du auch eine Zehner ja, eine Zehner, aber Kelle 9, Kelle 8, Kelle 7 ich fahre die doch nur um die Zehner zu kriegen oh mein Gott ja, und wie lange fährst du die schon, ist die Frage ich fahre die so selten, weil ich nur den Tagessieg mitnehmen will aber da tun wir es ja immer verschmeißt hier und der hat mehr Leben die Bachelor, alter Wurzeln hingeaimt vom Kaputt ich hab den Skorpion aus dem Leben gebumst und ja ich hab den 900 gesehen was sind, was sind denn, was ist bitteschön ein Fame, ein Krawallspieler was sind das bitteschön für Spieler? Krawallistie sind die, die am längsten überleben ja, und nix können ja ja, dann, äh sogar Krawallpferd mit Artie GG Proclan ernst die haben ganz gut gespielt ja, den Chief 10 T95 hab ich ja gar nicht gesehen, wo er war Lukas? ja auf der STI 7 Gefecht und 21% Gunmark du weißt, du gehst ja auch nur rein ja werd ich mich mal anstrengen, oder? nein botten recht völlig ja recht völlig muss mal gucken, wie weit ich beim 30er bin vom Gunmark her YOLO! mach auch schon mal 53 geil Musst du raus? ja kommst du raus? schaust du rein? wollen wir in 10er fahren? ok, ok, ok komm mal machen was willst du denn? ich fahr'n T57 Heavy T57er? er fährt'n Bot-Panzer Bot-Panzer äh, Phil willst du die dicke Pärta auspacken? welche dicke Pärta? welche von den dreien? die deutsche nee Elfriede will ich nicht auspacken Elfriede? Elfriede? Elfriede ist sein Jagd ich weiß ich weiß, wer Elfriede ist ok du willst 57 Heavy fahren und ne Grille was packst du dazu? wenn du jetzt ne Heavy zupackst, geh' ich nochmal auf nen anderen Panzer na, ne halben Heavy pack' ich dann dazu was ist denn ein halber Heavy? na gut, ich geh' auf was anderes also sind wir zumindest ähnlich gepanzert jetzt wird geha'ed ja genau, zwei halbe Heavys und ein Super Heavy obwohl ich muss sagen, der T57 Heavy, also manchmal manchmal ist er Pro Heavy ja, dann ist es wirklich ein Type 5 wenn er richtig steht, ist es ein Pro Heavy richtig steht ja was denn, so dass er alle wieder an den Backen abrollen ist so, wenn er richtig steht, dann ist es ein Pro wenn der E4 richtig steht, ist es ein ganzer Heavy nee, selbst dann nicht denn die Backen sind einfach viel zu weich beim E4 soll ich dir was sagen? mhm egal welche Karte, ich stell' mich auf freie Fläche und du stellst dich dahinter und snipest ich lebe es dann einfach so einmal quer rum, schieß' ein bisschen mit und dann, wenn ich tot bin, darfst du mit schießen du räumst deinen Rest ab bitte, mit HE, Akku ach, die E4, HE ist echt böse das viel hab' ich gar nicht ach, Ries, genau richtig die Mess für mich weiß ich gar nicht, 3 Schuss, HE aber die Gegner sieht schon mal gut aus, ey ja, viele Hitpoints dran, gefällt mir ey, guck die mal aus, aber ich für 30 Uhr an siehst du nur den Anfang durch und rat' mal an wem mich das erinnert hat ja, Panzer, Krummel weil ich bin gerade im Ladesgegen und sehe so Panzer-G, dann hab' du gedacht, hä, was ist er das? ne, leider nicht ne hätt' ich zerpflückt du hättest'n zerpflückt, ich hätt' reingeschossen ich snipe mal erst den Schuss, ne? echt jetzt? ja, ich will snipen man dann na, ersten Clip mal heath reingemacht standardgemäße Eröffnung im T57 ja, deshalb wollte ich snipen okay ja, warum hast du das nicht gemacht? weil du mich abgehalten hast du bist nach rechts gefahren da war es eh zu spät da ist ein 434 U ich weiß dieser Panzer ich hab die Bank oh er ist abgebrüllt so ein Lauch ich hab Spot kannst du mir erklären wieso ich jetzt schon Spot Damage für irgendwas bekommen habe was ist das denn ja wo ging denn der Schuss hin sinnlos bei zwei Bad Shits haben es ja komplett bereut alter ähm der tvp den darf ich aber schon mal mitnehmen oder ja gönn dir mein Schuss durfte nicht ey jetzt fahr doch nicht davor alter kannst du mit dem Heavy wieder zurückfahren hallo ja tut mir leid dass ich traut sich der tvp nicht mehr danke oh ich halt vor zum Neo du darfst den tvp behalten das sind die zwei Types danke oh danke dass du die Schelle gefressen hast ja beide gefressen weiß weil ich nicht verstehe überschwere ich bin der Schutzbeschichtung beide machen 500 und von drei Schüssen die ich gerade bekommen habe zwei Muni Lager raus ja läuft bei dir äh Leopard und ein äh Type ich hab so ein leises Gefühl dass wir nicht ein Type treffen können und sie haben auf einen anderen Type geschossen was what oh Mike hat gerade wieder so viel Pech gehabt nein ich bin gekettet save mich ja ja ich komm schon komm schon ey alter die angewinkelte Platte und du kommst nicht durch wem willst denn du das erzählen ne man vergiss es oh ich lade ja noch ich hab ein Muni weg WUT was war das bitte schön der tvp schießt dir von hinten in den Turm ne ich weiß da kann ich nix machen kommst halt nicht durch beim Kettenrad ich hab den mal kurz in die Uhr da weggenommen für die haben schon die ganze Zeit genervt wow ich bin gereloadet bei 2121 und die Gebärter kommt die Gebärter kommt rum und nehmt auf mich Kette Lappen hab ich nur gekettet alter alter ey komm hab ich hier 375 Pennen oder ist es einfach nur eine Luftnummer Luft eh man das ist uncool ich find diese type 5 dinge einfach so unfair äh zu entsprechen ja mit standard Muni brauchen wir dann nicht schießen wenn man da nicht die Seite von dem sieht dann was zum Problem ja ich kann halt nicht immer Heat laden ne weil Heat ist halt verdammt teuer komm schon pass auf der Jagd eh hab dann wieso ich hinter dem geblieben bin hat er geschossen ja auf dich ja den hab ich nicht gesehen ey mal wieder total die scheißrunde gehabt 3 3 ich hab ein komplettes Magazin auf dem Conqueror auf die Seite gemacht auf die Seite gemacht ey wo dumm ich hab nie sagen können dass der Jagd eh Heat schießt die Knabe hier alle Gold nee der hat gerade ist angefangen den ersten Schuss wo er mir in die Kette gelunzt hat hat er AP geschossen aber was hat der Super Conqueror bitteschön für eine krasse Kettenpanzung auch komplett ist ein bisschen Lack komplettes Dings Prozent auf sein Kettenrad gehauen Null Damage gemacht ich sag mal so wie geschossen mit AP geschossen guter System wo das ist Kettenrad Abpräller 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 aus dem Weg der Karius mit der Schaden machen müssen die Zerstörung von gegnerischen Panzer und Selbstverlauf hätten ich hab jetzt 10.000 Kills gemacht ich hab 50.000 Credits Minus gemacht 10.000 Kills und 9.000 Gefechten ok ja ok und jetzt hab ich grad die Medaille Kairos Level 1 also Klasse 1 und das sagt 10.000 Kills aus angeblich wie heißt die Kairos? Kairos Kairos Medaille 1 kenne ich noch gar nicht allgemein so ich hab guck mir die Kommen an ok ok bei mir ist nichts mehr was war die? was war die? Kairos? ja Kairos Kairos? Kairos Kairos ja du hast Kairos Klasse 1 das ist das ist was gutes das ist Kairos im Endstadion ja man Kairos 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 ja da bohrt ich doch bloß wieder rum mit dem Scheißteil deswegen ja kairos ja ich hab das gemacht ja bei der STI genau dasselbe hätte es immer gemacht ich mein du hast ja die milde XP oder nicht ja 2,8 Millionen XP ja siehste umgewandelt oder was der Almer der hat die so liegen und könnte jederzeit was damit machen aber nur könnte ja im größten Teil macht er nur die Ausbauten alles und fährt die 9er trotzdem oder die 8er je nachdem ja ob er fahren will oder nicht ja die werden einfach angetestet ob sie mir gefallen und wenn es mir nicht gefällt wird dann Arschlecken gleich durch und wenn er dann Spaß macht und so kann man öfters mal machen dann wird er durchgegrindet ja ich empfehle dir ja nicht nochmal lang zu fahren Rico wenn er gleich draußen ist weg nice 375 was wir zu tun wieso einfach meinen Scout nicht in der Stadt fahren als Heavy du musst wissen ich fahr gerade TD in der Stadt ja kann man doch machen mhm ich fahr nicht so als würd ich ein 705 A direkt anzünden ne ah schade jetzt hab ich nicht mehr ein Panzer den man eigentlich nie anzündet mei schade ey schade das ist so lächerlich diese russen abschaub wenn du sagst russen abschaub ich weiß genau wen du meinst mhm aber wirklich komplett alle ja alle ja da musst du auch mal weiter rum russen ne kannst du knicken das ist OP in diesem Spiel du musst einfach nur russen fahren ach das ist einfach nur so sinnbefreit warum weißt du die Deutschen waren die ersten mit den Stabilisatoren und automatisch ein Ziel erfassen an diesen ganzen restlichen Dreck sogar im zweiten Weltkrieg und trotzdem hast du hier teilweise Kanonen wo du einfach nur sagst eh hallo geht's euch irgendwo noch gut das objekt 430 U ist eigentlich die ganze Zeit aus dem Gefecht es traut sich nicht mehr vor warum überhaupt ist der E-Träger wirklich von mir abgeprallt es gibt so viele Kanonen die gar nicht verfehlen dürften nicht nur verfehlen du abschaum alter ist doch nicht und er darf halt nochmal weil diese widerliche scheiß dreckische reudische Arti alter du Aids Gesindel so jetzt kommt gleich dieser Moment ich Rage Kritte und W.O.T. lösche lösche? mhm löschen komplett löschen ja erstmal komplett löschen und die anderthalb Wochen Pause die ich jetzt gemacht habe die werde ich noch ein bisschen verlängern wenn das so weiterläuft und ich habe jetzt ein komplettes Objekt 430 U ist also mit 1000 Damage rausgeholt weil ich liebe das Spiel weil ich einen kompletten Russen ficken konnte alleine naja fast alleine also für ein GAUT ganz gut hallo E3 hallo E3 ob er matchst du mich? ja macht er ne er schießt he das hast du aber auch gesehen Phil oder? er ist wirklich ein paar mal bei mir gebounced mir wurde aber leider nur ein Bounce gezählt Riko alter du hast natürlich so getrickt dass er direkt in deine Richtung guckt ne? ja ja komm f*** dieses hässliche widerliche räudige Spiel also lösche das jetzt oder was? ja das ist das WANBO hinter dir ich glaube der jetzt WANBO spielst ach weiß ich nicht kann man machen das ist ein GAUT Gold of Tanks ey geil ey ich hab gut Riko ich fahre jetzt äh nicht mehr ne? ja ja alles gut alt 11,4 Und Rainbow Start Ich hab mich wenigstens noch selber getötet Ich hab's gesehen Das ist halt der Vorteil an Haegern Ja, ist so Rico, wenn du uns beiwohnen möchtest Bei Rainbow Ja Jetzt mach ich ein bisschen Eigenpublicity Ulm ist Gaming Sofa Auf YouTube Da kannst du dann den Stream nach verfolgen Ulm ist Gaming Sofa Genau, wenn du Lust und Laune natürlich nur hast Warte, ich schreib dir das kurz rein Wann streamst du immer? Weil mir ist öfters mal langweilig Ja, ich stream einfach Also wenn ich zu Hause bin, eigentlich grundsätzlich Rund um die Uhr Vorausgesetzt die Kinder kommen mir nicht in die Quere Und ja Oder wenn er mal nicht streamt Dann bitte ich ihn netter drum Und dann guck ich auch mal ein bisschen zu Was ich auch öfters mache Da kannst du auch jederzeit Wenn du Lust und Langeweile auf irgendwas hast Oder so irgendeinen Spielewunsch Ich hab ja So viele Spiele So unglaublich viele Auch was ich ja immer noch suche Auf PCs Dragon Quest 8 Bitte was? Das ist Dragon Quest 8 Also das ist ein Playstation 2 Spiel Also ich hab Ich hab öfters mal so einen Client davon gesehen Aber Der ist ja dauernd fehlerhaft Wenn ich ihn installiere Das ist übel schade eigentlich Weil das Spiel ist halt Nicht wirklich Oldschool Ja, Oldschool Oldschool Spiele Die alten Leute Ne man, Oldschool Da steh ich auch drauf Kennst du Command & Conquer Red Alert? Na klar Oh, hab ich mir auf Origins gekauft Für 10er Die ganzen Also nicht nur Red Alert Da war auch Command & Conquer 1, 2 und 3 dabei Oh Für 10 Euro hab ich mir gedacht Geil Ja klar Da kannst du mal richtig reinpacken Die Spiele Die Spiele die fast meine ganze Kindheit bestimmt haben Ne Command & Con Zu deiner Zeit ja Ja zu meiner nicht Weißt du Bei mir in meiner Kindheit Da war es Luxus Wenn du Tetris gespielt hast Das Spiel was heutzutage Jeder hasst Ne Du bei uns Früher war das richtig genial Da hattest du ein Handy Mit dein Weiß ich nicht Was hatten wir 1,8 Zoll oder sowas Und da hast du Tetris drauf gespielt Alter Boah Da warst du der King Wenn du in Tetris sitzen konntest Oder doch besser hier Oh wie hieß das mit diesem Balken hin und her Äh Oh dieses Ja man Fuck wie heißt das Ich weiß genau was du meinst Das gibt es auch als Hockey sozusagen Ne Ja ja Das ist Pocky Ja genau Oder Snake Das war auch sowas Ja Snake ist so ein Spezialspiel Das gibt es sogar heute noch als berühmtes Spiel Sag ich jetzt mal Das war bei uns War bei uns Luxus Pac-Man Allgemein schon Wenn du ein Handy hattest bei uns Das war schon ein richtiger Luxus Ich Also Ich bin jetzt 18 Damals Als ich 5. Klasse war Da war das Samsung Galaxy S4 Gerade mal 9 Und die Kinder damals hatten ja noch nicht Also so 2013 Äh Quatsch 2013 hatten die ja noch keine Smartphones Ich hab mich mit meinem Nokia Nest Rise so geil gefühlt Ein Touchhandy was man aufklappen konnte Und eine Tastatur dann noch hatte Das erste was ich hatte Das war vor Warte Lass mich überlegen Äh Vier Jahren Wird 2014 Das war ein Auch ein Nokia Aber kein Nokia zum Aufklappen War schon richtig mit Touch Aber ohne aufklappen Ja meins war auch richtig mit Touch Nur dass ich es hochklappen konnte Das ist ein Tastatur hatte Ich hab mich geil gefühlt Ja Ähm Ich schätze mal Du bist schon Online-Film Mhm Dann fühl dich eingeladen Ja Trikot Wo wohnst du denn im Stream schon bei? Wie bitte? Ob du dem Stream schon bei wohnst? Ich Äh Spiele gerade selber noch VOT Achso Und wenn ich nebenbei In Stream gucke Dann hab ich Ein Ping von 100 Obwohl ich eine 80k-Leitung hab Hm Du ich reg mich schon auf Wenn ich hier streame Mit 4K Und sende mit 4K Äh Dass mein Ping auf 40 hochgeht Dann krieg ich schon einen Caller Was hast du eigentlich für ein Gaming-Setup Wenn ich mal so fragen darf? Meinst du Computer-Technisch? Ja Äh Intel Mainboards HZ 77 Intel i7 3770K Und zweimal GTX 1080 Ti Ach ja Wenn es sonst nichts ist Wie viele Kerne? Hm? Achte Wie viele Kerne der Jetzt sagt er nichts mehr Also Also ich hab Hab ne krasse Geforce GTX 700 Äh Ne 570 Drinnen Oh GT oder Schon Ti Ne GTX Also Ja Noch nicht Ti Ja Okay In Intel Äh Qualcomm 6600 Q Mit 2,4 Gigahertz Alter 4 Kerne Ja Und einer 90 GB Festplatte Weil meine 184 GB Festplatte kaputt ist Also ich hab ein krasses Gaming-Setup Äh Ja man läuft bei der richtig Ja Die Gegner haben eine Bombe entdeckt Zum Angriff bereit Alter hast du gelesen was er im All-Chat geschrieben hat Ja Jesus hat AIDS Ja Ja Ich lade nach Das ist uncool Ist aber wirklich jung Wir haben zwei AFK-Dudes Gimoin Na die bewegen sich erst wenns los geht Die Gegner haben eine Bombe entdeckt Verteidigt sie Die Gegner haben eine Bombe entdeckt Verteidigt sie Achso so heißt der Spieler Nur noch 10 Sekunden Die Weltknie heißt so Was er eben geschieben hat 5 Sekunden noch Die heißt Jesus oder was Jesus hat AIDS Der Gegner hat eine Bombe organisiert Macht euch angriffsbereit Wer guckt doch in der Valkyrie von uns Tür gesichert Nehmann das kannst du doch jedem anbieten Was soll in der Dreck Doch Okay Rheinmetall mit Stummelkanone Gerät wurde platziert Hat mich gerade für 1000 Schaden getroffen T49 Turm kaputt Funkgerät kaputt Fahrer kaputt Rundschütze kaputt Das Gerät ist aktiviert Das Gerät ist aktiviert Schade Also auf links ist ein Anbarrikaden nicht zu Wir haben schon aufgemacht Hm Ich hab erstmal Erinnerung Wettbewerb Und haben sie auch schon auf Haupttür Und ich wurde gescannt Wo ist sie scheiß Abtronne Was? So, na gut bitte Wer hat meine Care and Dings aufgemacht? Denn einen schönen Tag euch noch Ach Demfalls Tschau tschau Wir hören uns User disconnected from your channel Willst du mir jetzt sagen dass die Valkyrie meine Cam aufgemacht hat? Mein Fenster ist nicht aufgemacht worden Richtig asozial Arschloch Nicht mit mir So Völ ich hab hier unten auf der anderen Seite bei denen nochmal im Fenster hingemacht ne? Ach du bist Miro? Ja klar Ok Und sie haben noch einen Blackbeard Da haben die ein Blackbeard Ich hab gefehlt Oh Ich hab gefehlt Ich hab gefehlt Ach fuck der der Schild Oh Gott bin ich blöd Wie er es gewusst hat wo ich bin Junge Maestro was machst du? Der Fenster wurde von irgendwem Mitspieler aufgeschossen Mein Blackbeard Und Blenden Mission gefährdet Bombenentschärfungsgerät wurde platziert Hm Er guckt halt genau zur falschen Zeit wieder weg Er guckt halt genau zur falschen Zeit wieder weg Wow 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 Letzt der verbleibende Operator des eigenen Trupps Ich fühle so an der Erde halt Entschärfe aufgespürt Sofort zerstören Blackbeard outside Oh Eigner Dope eliminiert Mission gescheitert Ähm ja Als wenn der Blackbeard nen Ace zugemacht hat Oh man Nerd Blackbeard Dude Naja Wann mach ich einfach mal mit Wann mach ich einfach mal mit Blackbeard Ah ich hab nicht Ja ja Ähm Ich sag einfach mal so Ich werde der Dermite sein Der den Hardbeard durchführt Oh wir haben das Lade Game gewonnen Fench Ja Ihr müsst eure Drohne verwenden um eine Bombe aufzuspüren Mitte Hä Bahnhofverlöster da oben hat eine bombe gefunden ich traue mich ja jetzt schon ist das sehr gut viel spaß beim hauptbreach fünf sekunden bis zum ein brauchen auf dem es gar nicht zumindest da oben nicht entschärfer ist gelang zu der bombe und entschärft sie haltet nach anderen ausschauen alle über die seite hochgehen ich weiß als wenn die jetzt schon in smoke hier drüben sind ich hab einen erstmal von der weggekehrt gemacht also die damage mich durch das schild durch oder was aus das habe ich mehr das ist ein das war mein Fehler deswegen hab ich den Fuß den Fuß verfehlt er mir damage gedrückt ich war fuller jetzt bin ich bei 46 echt so viel damage ja what the fuck yay ich komme von Bombe oder lokalisiert, Entschärfung einleiten weil wir nichts machen oder weil wir hier oben rumstehen oben rumstehen wait 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 nein die Alibi nur noch ein Gegner übrig naaa ey wenn du mich geheadshotet hast durch das Schild durch easy mit dem ersten Schuss bist du mir hinterher gesprungen oder was hä du wartest schon what the fuck der Typ man war es gerade eigentlich ein Vigil? ja ja Junge die ist schon längst tot der Hacker ist nicht länger in deinem Besitz der Hacker nur noch einer vom eigenen Trupp ja 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 spätestens äh der wird der Präsidenten eigentlich gekillt ja ist ja er kann operatet und zwar wir kommen jetzt mal an besseren Dingens damit ich mein Mira Fenster besser setzen kann Weil auf der Map gibt es viel bessere Spots für meine Camps, also meine Dach. Dann können wir zwei uns einfach dahinter hocken. Nee, Rumen ist das Stichwort. Ja, für dich schon, für mich nicht so einer. Und allerdings bin ich von der Polizia. Italienisch. Ja. Die Bomben sichern. Einen Ernst? Selber Spot? Erstmal gibt es Fenster woanders. Hallo? Was ist los mit der Drohne? Ja, die ist unsterblich. Die Drohne ist unsterblich. Warum? Da leute die C4 hinterher schmeißen. Fünf Sekunden. Kamera positioniert. Äh, Phil, wo war dieser Gefrierraum? Der Gegner hat eine Bombe localisiert. Macht euch angriffsbereit. Kameras mal wieder an der Dinger ziehen, ne? Hm. Kannst ja, wenn du willst, nutzen. Guck mal, ist klar. Bei Org. Na perfekt. Ah, fuck. Ich hätte das Fenster noch eins weiter nach vorne machen müssen. Na ja. Da ist jetzt der Maestro. Auf. 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 infra Ich nenne das, weil hier hinten irgendwer? Fragezeichen? Weil hier drüben an den Fenster waren eben welche, die sind aber nicht mehr da. Nö. Wer verließt, Alter. Alter, wie zerstören die hier alle. Na gut, der Monty ist nicht drauf reingefallen. Ja, du weißt es. Natürlich weißt du es. Bleib ganz ruhig, Phil. Nee, Alter. Ich bin im Leben nicht. Ich hab da auch keinen Bock mal ruhig zu bleiben, dieser Typ, ey. Der Bombenentschärfer wurde erfolgreich platziert. Ein Gegner verbleibt. Ist es dieser Eis-Owl, der immer noch lebt? Ich hab's. LOL. Du hast ein Mirrorfenster in der Hand und schießt. Entschärfer lokalisiert. Die Bomben schützen. Den Entschärfer deaktivieren. Ja, der muss von euch bitten, jetzt entschärfen. Lade Munition! Okay, er entschärft. Echste Magazine! Nein! Bombe wurde entschärft. Die Gegner gewinnen. Wenigstens hab ich einen Headshot. Das fand ich eh so geil gerade. Reporten wir den Eis-Owl. Was? Achso, den Monty. Nicht förderliches Verhalten. Oh, vielen Dank, der wurde gemeldet. Unser Jesus Head 8 auch gemeldet wegen dem Namen. Äh, wir machen noch eine Runde, ne? Ja. Passt, der will 3, äh, 72. Ups. Eis-Owl, Eis-Owl, der Dude. Mach mal den Stream-Man-Hindrucks. Okay. Magst du deine 40er-Pring nicht? Nee, mag ich nicht.